Herzlich willkommen hier bei OnlineMotorsport.com. Mein Name ist Lutz Engel und es geht hier heute um die Implementierung von RF-Scan Antisheet, entwickelt von simsync.de, die wir hier in der Porsche-Liga von gt3-cup.net ab dem nächsten Rennen in Oschersleben im GSMF Cup einsetzen werden. Dazu müsst ihr erstmal eure Installation synken. Ihr findet nach dem Sync in eurem Spielverzeichnis einen neuen Unterordner, der sich nennt RF-Scan. In diesem Ordner befinden sich derzeit oder direkt nach dem Sync vier Dateien. Einmal die RF-Scan-Exe, dann den RF-Scan-Reader und zwei Rahr-Dateien mit entsprechenden Executables für RFaktor. Das heißt mit der jeweiligen RFaktor-Exe, je nachdem welche Version ihr einsetzt. Das Ganze hat den Hintergrund, dass die RFaktor-DVD-Version in unglaublich vielen Varianten ausgeliefert wurde und es ist nicht möglich, alle legalen RFaktor-Exe-Dateien, DVD-Version zu prüfen. Von daher haben wir uns von ISI eine RFaktor-Exe schicken lassen, die definitiv zertifiziert ist für die DVD-Version. Darüber hinaus wurden noch weitere DVD-Version-Exen hier in die Überprüfung einbezogen, zum Beispiel die, die beim G25, G27 dabei waren beim Lenkrad, weil die noch eine zusätzliche Funktion zur Ansteuerung der LEDs am Lenkrad ermöglichen, was mit der normalen DVD-Version nicht möglich wäre. Wer also nach dem Start von RF-Scan, das machen wir jetzt hier gleich mal, genau, hier, wo bei mir jetzt steht, oder wo hier jetzt steht, GMEXe OK, ein rotes hat GMEXe nicht OK oder was auch immer da steht, ich habe es noch nie gesehen, weil ich immer nur recht miesige Software einsetze, dann bitte diese Version austauschen. Das betrifft höchstwahrscheinlich auch die RFaktor-Light-Installation. Ich bin mir da aber nicht hundertprozentig sicher, diese Exen sind auch zu ersetzen. Das geht problemlos. Das heißt, es gibt ja einmal diese DVD-Version, die wir eben angesprochen haben, zum anderen gibt es die Online-Version von 3Media und wenn ihr eine Version gekauft habt und den Schlüssel hinterlegt habt, ist das überhaupt kein Problem. Bei der DVD-Version ergibt sich einfach das Erfordernis, dass man die DVD im Laufwerk hat. Das sollte sowieso Standard sein, ist aber sehr weit verbreitet, dass der Node-DVD-Crack benutzt wird und der ist definitiv fehlerhaft. Das heißt, der bereitet Probleme im Online-Rennen und zwar nicht nur dem Besitzer oder Benutzer, sondern auch anderen. Es gibt durchaus nachvollziehbare Szenarien, wo jemand, der diesen DVD-Crack benutzt, wenn dieser Fahrer vom Server geht, andere mitzieht oder sonst dergleichen Probleme bereitet. Von daher in all unseren Regelwerken in Online-Motorsport wird davon gesprochen im ersten Absatz, dass eine legale Version von RFaktor vorausgesetzt wird und das wird hier überprüft und wer diese nicht hat, kann entweder nicht fahren oder muss diese Version nachträglich lizenzieren. Gibt es mittlerweile bei Ebay für irgendwie 5 Euro. So, das sollte erstmal soweit im Vorfeld dazu erklärt sein. Wir haben hier in dieser Maske ein paar Optionen, die aber alle für uns relativ unwichtig sind. Die einzige ist, sollten wir mehrere Fahrerprofile haben, wählen wir das entsprechende Profil hier oben im Pulldown-Menü aus. Externe Programme starten ist eine Möglichkeit, hier noch irgendwas dazu zu starten. Das, ich wüsste nicht was, vielleicht Teamspeak, aber das kann man auch händisch vorher tun. High Voltage interessiert nicht. Wir fahren keinen DAS und auch kein Curse in unserer Porsche-Liga. Und wir haben dann die Möglichkeit, mit Start with Full-Proc-Option alle Prozessoren anzusprechen. Würde ich aber nicht empfehlen, einfach aus der Tatsache heraus, dass diese Option spätestens ab Quad-Core arge Probleme bereitet. Klicken dann einfach auf Start R-Faktor und unser R-Faktor-Spiel startet. So, sehr schön. Wir gehen jetzt einfach ins Spiel. Bitte entschuldigt die Performance. Das läuft hier auf meinem Notebook. Dieses Notebook hat keine dedizierte Grafikkarte. Das ist eine Onboard-Grafik. Also bitte seht es nach. Es geht hier auch gar nicht um Performance oder sonst der gleichen Dinge. Dass das jetzt hier so langsam geht, liegt daran, dass dieses Aufzeichnungsprogramm im Hintergrund läuft. So, und dann gehen wir einfach mal in eine Session und starten unser R-Faktor. So, wunderschön. Wir haben alles, wie es sich gehört. Klicken jetzt auf Fahren und fahren eine Runde. Also wir fahren jetzt hier keine Runde. Ich fahre hier nur mal ein paar Meter vorwärts, dass man hier in etwa sieht, was da passiert. So, alles klar. Wir gehen hier wieder raus, verlassen das Spiel. Wunderbar. So, Prozess-ID not running. Das heißt, das Spiel läuft nicht. Klar, wir haben es ja auch beendet. Wir können das jetzt hier closen und haben jetzt in unserem Ordner RF-Scan ein paar Daten liegen. Hier ist dieser Ordner. Es gibt jetzt die Möglichkeit, hier den RF-Scan-Reader zu starten. Ich habe mir den schon mal ins Hauptverzeichnis gelegt. Das könnt ihr bedenkenlos tun. Auch die RF-Scan-Exe könnt ihr euch nach dem Sync in das Hauptverzeichnis legen, verknüpfen, wie auch immer. Es ist egal. Sie muss entweder im Hauptverzeichnis oder in dem Unterverzeichnis RF-Scan liegen. So, und wir sagen jetzt hier einfach Open Log. Das Log-Verzeichnis geht auf. Wir gucken mal hier nach dem Änderungsdatum. Das letzte ist hier um 10.19 Uhr. Das ist eben gewesen. Wir gehen hier mal rein, sagen, okay, das war es schon. Done. Alles wunderschön. Und wir könnten jetzt hier noch eine andere Datei angucken. Das machen wir nicht. Wir sagen einfach Close. Export CSV ist nicht nötig. Die CSV-Datei wurde schon angelegt. Ihr könnt sicherheitshalber noch mal draufklicken. Ist im Prinzip egal. So, und dann habt ihr hier im RF-Scan-Ordner jetzt eine CSV-Datei. Beziehungsweise wir haben sie jetzt hier zweimal, weil ich habe ja noch mal Export CSV geklickt. Und die könnt ihr einfach mit Excel oder, wenn ihr keinen Excel auf dem Rechner habt, mit dem Excel-Viewer. Der ist kostenlos zum Download. Einfach googeln. Excel-Viewer. Könnt ihr euch angucken, was ihr hier übermittelt. Wichtig bei der ganzen Geschichte ist zu wissen, keine Daten werden online übermittelt. Alles, was hier ist, geschieht auf freiwilliger Basis. Das heißt, ihr schickt nach einem Rennen, entweder auf Verlangen, je nachdem, wie so ein Regelwerk definiert wurde, das Log-File ein. Das Log-File selber kann man nicht ändern. Ihr könnt nur diese CSV euch angucken. Das ist das, was ihr an die Rennleitung übermittelt. Und im ersten Rennen werden das erstmal alle tun, sodass wir hier eine Übersicht bekommen, wer hier ordentlich und sauber mit seinem RF-Factor unterwegs ist. Genau. Jetzt gucken wir mal, was hier so alles zu finden ist. Das ist im Prinzip gar nicht so das Drama. Wir haben hier natürlich die RF-Scan Excel, dass sie gestartet wurde. Wir haben hier die Prüfsumme der Excel, der Betriebssystem, Name des PCs. Das ist ja nun auch nicht unbedingt eine wesentliche Information, mit der man irgendwas anfangen könnte. So, hier wird nochmal die Gmechse geprüft, und zwar nach dem RF-Factor-Start, die zum Beispiel Speicheradressen blockieren. So, und hier sehen wir die benutzten RF-Factor-Plugins. Das heißt, D3, D9, DLL habe ich drin, wegen des TV-Plugins. Andere haben sie drin, wegen irgendwelcher DIN-HUD oder XD-Tools oder was auch immer. Die benutzen alle diese D3, D9, DLL. Dann sehen wir hier, RF-Query ist running. Das ist ein Programm, was ich brauche, um bestimmte Dateien zu erzeugen, bestimmte Log-Dateien zu erzeugen für die Auswertung. Dann haben wir hier die Prozesse. Und ich möchte einfach nochmal hier ganz deutlich darauf hinweisen, dass hier nur die Prozesse aufgelistet werden, die auch aktiv sind. Das heißt, hier wird nicht eure Festplatte nach irgendwelcher Software gescannt oder sonst irgendwas. Wenn ihr jemand meint, oh, meine ganz teuer erworbene Photoshop-Version ist hier irgendwo angezeigt, dann bitteschön, was hat dieses Photoshop in der aktiven Prozessliste zu suchen? Ihr wollt Rennen fahren und nicht mit Photoshop arbeiten. Also hier werden nur die Programme aufgelistet, die die Prozesse aufgelistet, die auch tatsächlich momentan laufen. Hier unten in den letzten Zeilen ist eigentlich das Wesentliche, weil das Ganze basiert darauf, dass R-Faktor jeweils eine Speicheradresse benutzt für einen Parameter, für einen MoTeX-Parameter. Diese Speicheradressen könnte man, wenn man dann ein ganz böser Mensch wäre und die anderen betrügen möchte, blockieren. Dann würden sich zum Beispiel Reifenverschleiß, Benzinverbrauch und sowas nicht ändern. Hier wird aufgezeigt und zwar in bestimmten Zeitabständen, was hier mit unseren Reifen passiert, was mit unserem Benzinverbrauch passiert, was mit unserem Bremsenverschleiß und so weiter. Alle die Daten, die R-Faktor ausgibt für einen MoTeX werden hier aufgelistet und wir haben hier einen handfesten Nachweis, wenn jemand seine Speicheradressen blockiert. Das ist eigentlich schon alles. So, wenn ihr hier Dinge gefunden habt, die ihr nicht übermitteln wollt, dann habt ihr euch an die Rennleitung zu wenden und die wird dann entscheiden, ob ihr das Rennen gewertet bekommt. Das heißt, wir werden festlegen, dass jemand, der seine Logdatei nicht einschickt, für dieses Rennen nicht gewertet wird, beziehungsweise wenn das ein zweites Mal, wenn das ein Wiederholungsfall ist, wird definitiv derjenige nicht mehr in der Liga fahren, weil der Verdacht einfach gegeben ist, dass hier mit unlauteren Mitteln gearbeitet wird. Da das aber keiner tut, wird das keine Probleme bereiten und für alle anderen bietet es maximale Sicherheit, dass hier alle mit fairen Mitteln kämpfen. So, meine Herren, das soll es gewesen sein. Und weitere Fragen werden wir im Forum klären, nämlich in der Technical Area wird es einen Support Thread für RF-Scan geben. Dort könnt ihr zusätzliche Fragen stellen, beziehungsweise Probleme posten. Das war's. Viel Spaß und wir sehen uns in Oshers Leben.